Hi und herzlich willkommen zu meinem kleinen Format Hunger. Heute machen wir ein kleines Joghurt-Dessert. Und alles was ihr dazu braucht sind Butterkekse, Joghurt, Vanillezucker, Blatt Gelatine, Sahne, Puderzucker. Ich hatte leider keine Beeren zu Hause, darum eine Nektarin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, euch hat ein kleiner Teil Humor gefallen, vielen Dank fürs Zusehen, drückt ihr Auge in den Daumen nach oben, abonnieren ist immer kostenlos und nun bis nächste Woche. Tschüss!